Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. So, ist auch gerade ein bisschen Mist, weil jetzt kommt gleich die Nacht und wir wollten da hinten einmal hin, aber das werden wir nicht schaffen, Alter. Und in der Nacht rumspazieren ist eigentlich auch nicht so lustig. Äh, nee, das ist alles doof. Aber warte mal, wir haben ja noch Haut irgendwo gehabt. Zum Aufhängen fällt mir gerade ein, wo ich das Ding da gerade sehe. Äh, schon da. Hier, ging auf. Die Hagen müssen wir auch wieder gehen, weil Essen wird auch schon wieder knapp hier. Oh, ein Problem. Es ist ein Problem. Das Problem ist ja einfach, das Trockenfleisch hier, das hält sich super lange. Also es wäre eigentlich richtig nice, wenn man von den Dingern, weiß ich nicht, zwei, drei hätte und die voll klatschen könnte. Also mal richtig einen Tag auf Jagd gehen, mehrere Tierchen mitnehmen mit dem Wagen und dann alles ausnehmen und so weiter. Aber man hat ja gar nicht so viel Zucker, äh Zucker sei schon, so viel Salz. Und das gegrillte und das rohe Fleisch, das hält sich einfach nicht. Also da wäre ein Kühlschrank richtig angebracht. Ich denke, da wird es denn wesentlich länger halten. Aber dafür brauchen wir erstmal diesen verdammten Generator, der halt so viel kostet. Das ist richtig, richtig schlecht, ey. Richtig schlecht. Aber so richtig. Muss ich einfach sagen. Das ist richtig oll. Richtig oll. Na, da weiß ich noch nicht. Wo wir so schnell die Zahnräder da ja kriegen. Kein Schimmer, Alter. So, und jetzt bricht schon wieder die Nacht herein. Es ist ein Traum. Unsere Verteidigungsanlage, die hat null funktioniert. Alles kaputt gegangen. Nicht gut. Echt nicht cool. Nicht cool. Jetzt ist man hier schon wieder so ein bisschen gefangen. Das ist nicht schön. Nicht schön. Nicht schön, das ist. Was ist denn VIP Area? Das wollte ich eigentlich mal googlen. Hab ich voll vergessen. Was bedeutet das? Kein Schimmer, Alter. Absolut kein Schimmer. Was tun wir denn nun? Jetzt bin ich wirklich ein bisschen ratlos. Sonst habe ich ja immer irgendwie so ein bisschen einen Plan, aber... Jetzt ist schlecht. Wir haben richtig vier Revolver. 15 an der Zahl. Military Component Box. Wird es nicht. Wird es nicht auch zur Erweiterung her? Ja. Okay, das ist ja nice. Das war das schon harm. Das hat was. Das hat was. Aber es hilft mir jetzt trotzdem nicht weiter. Ach hier, guck mal. Small Animal Trap. Das wollten wir ja mal machen. Ach, und was wir auch machen wollten, war das hier. Das haben wir ja jetzt. Wir werden uns mal einen richtigen Köcher machen. Dass wir da mal ein paar Pfeiler reinkriegen. Äh, warte mal. Wir brauchten so etwas. Leder. Wo war das denn? Und, warte mal da unten, ne? Leder. Warte mal, die Hälfte reicht ja. Äh, was brauchen wir jetzt hier noch? Components. Und das Klebeband. Components. 10? Schaube 10, ne? Und 10? Oh, ich kann mir so viele... Ja, okay. Und irgendwo hatte ich hier doch Klebeband gefunden gehabt. Irgendwo. Da war nur Essen, glaube ich. Da ist nichts. Da. Da haben wir es doch. Dann können wir uns hier mal einen richtigen Köcher machen, Alter. Da war zwei Stündchen. Haben wir was zu tun? Jo. Dann können wir das alle Scheißding... ...direkt in die Tonne hauen, Alter. Und hier passen, der hat jetzt drei Slots. Das ist schon ein deutliches Upgrade. Äh, ich möchte jetzt hier... Ich möchte jetzt hier... ...Add Arrows. Die möchte ich ja mal raus haben. Dann möchte ich gerne... ...mal hier Close. ...den einmal weg... ...und den einmal rein. Also hier können wir aufheben, falls der mal kaputt geht oder so. Keine Ahnung. Damals waren nicht so viele. Aber es macht ja nichts. Hat er hier nicht noch irgendwo Sticks? Sticks. Guck mal, hier habe ich noch vier Sticks. Und da ist sogar noch ein Pfeilchen. Äh, pack den hier mal erstmal weg. Dann können wir hier gleich noch ein paar Pfeile machen. Äh... Hier brauchen wir die. Habe ich nicht. Was ist das hier eigentlich? Das ist schön. Das zeigt ja gar nicht an, was das hier ist. Nice. Läuft. Aber egal. Die Einfachen reichen ja erstmal. So. Das ist ne Scheiß. Equipment. Quiver. Add Arrows. Zack. Und dann kriegen wir hier nochmal drei. Und noch... Das ist... Das ist schon mal ordentlich, wie ich finde. Achtmal. Switch Quiver Slot. Achso, muss man denn wechseln oder was mit R? Wenn einer verbraucht, wird es zum nächsten. Das kann sein. Aber das ist ja dann wie nachladen. So vermute ich. Okay. So. Wie spät ist es denn? Guck mal. Da haben wir schon ein bisschen Zeit verbracht. Dann können wir noch einen Schluck trinken hier. Trinken wir ruhig. Und dann versuchen wir einfach mal... zu schlafen. Damit wir... So. Drei... Neun Stündchen. Komm bitte. Zieh einfach durch. Wunderbar. Und dann ist er schon Sechser. Und dann können wir schon... Los gehen. Liegt hier zufällig einer? Sieht erstmal nicht so aus. Okay. Ach nee. Wir werden mal vorher noch... Hab mal essen. Zweimal haben wir ihn, glaube ich, noch. Und dann werden wir noch mal die Fl... Noch mal was trinken und aufbüllen. Und dann gehen wir los. So machen wir das. So. Das mal. Dann hoffe ich, dass wir hier... ein bisschen was mitkriegen. Das wäre... Phenomenal. Dann trinken wir... Sehr schön. Okay. Holen wir noch mal die Flasche auf. Wir unterwegs. De 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 de. So. Gib rein. Das ist fein. Okay. Gut. Na denn. Fangen wir mal. Was wir da hinten so bei der... Seegemühle finden. Keiner weiß es. Aber wir werden es herausfinden. Äh. Warte mal. Wo ging es lang? Musste er... Äh. Kurz orientieren. Hier. Ich muss hier oben eigentlich lang. Oder hier einfach rüber. Das geht auch. Geradezu. Das geht auch über Stock und über Stein. Das interessiert hier aber gar kein Schwein. Aber ich finde es so cool mit der... Mit der... Äh. Äh. Beim Rennen. Wie er die Waffe hält. Das gefällt mir durchaus. Find ich schön. Also wenn mir jetzt zufällig hier noch ein Wölfchen oder so entgegen kommt, dann könnten wir auch vorher noch mal schnell einen Wolf erlegen und nach Hause bringen zum Ausweinen. Oder? Nee. Nee. Ich möchte jetzt eigentlich... Guck mal da hinten. Das ist bestimmt die Seegemühle. Möchten wir hier mal kurz speichern zwischendurch. Falls mich ein Wolf unterwegs reißt. Weiß es ja aber nicht. Können wir eigentlich schwimmen? Ich weiß nicht. Und dann wird alles nass, ne? Aber es wird ihm nicht gefallen. So vermute ich. So. Da war der Schrottplatz. Da oben waren die Indianerhütten. Lass mich mal ganz kurz schauen. Wir sind jetzt... Äh. Hier. Wir müssen ja hier irgendwo sein. Da geht's nur... Da hin. Da waren wir schon. Da ist der Schrottplatz. Okay. Genau. Schauen wir mal weiter. Let's go. Bitte. Ja. Man weiß ja auch nicht, wann hier der Loot... Äh. Resettet. Kein Schimmer, Alter. So. Die hatten wir ja hier alle. Mehr oder minder. Zumindest so lange wie der Platz gereicht hat. Schauen wir mal hier oben noch. Was hier so los ist. Who knows. Who knows. Haben wir hier noch was Schönes. So. Component. Ne. Ist das schon... Ach hier. Guck mal. Hallo. Tschüss. Äh. Hat ein Ferkel hier dabei. Ich hoffe... Interessiert ihn nicht, dass ich hier mal kurz... Oh. Hier gibt's richtig Holz. Können wir die alle mitnehmen hier? Ne. Leider nicht. Die sind nur dekorativ. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Da hätte sich ein Ausflug mit dem Wagen gelohnt. Guck mal hier. Rags. Okay. Habe ich noch zu Hause. Ne. Was? Oder noch was zum Auffüllen. Rifle-Armor. Oh ja, okay. Oh ne Rifle. Trinkt mir die nichts. Oh. Ich hoffe, da ist keiner drin. Fabian Buckthorff. Components immer nice. Ach, da hat er irgendwas gelangt. Components. Wasche. Fein-Metall. Ist schade. Oder was drin? Oh, da hat er was zu essen. Das ist nice. Components. Das war das mir erstmal egal. Schau mal hier. Fehler. Na gut, dann schauen wir mal rein hier. Das ist meine ich. Ich würde so ein bisschen checken. Oh. Hier geht's gar nicht rein. Äh, fantastisch. Einfach nur Deko. So, dann mal ganz kurz. Hoin. Äh. Äh. Tada. Hier. Da ist die alte Westernstadt. Wir wollen eigentlich erstmal zur... Seegemühle. Eigentlich. Aber... Mir ist auch scheißegal, oder? Liegt ja eigentlich auf dem Weg hier. De, 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 de. Aber guck mal, da ist es ja schon. Bin nun mal speichern. Man weiß ja nicht. Was hier so los ist. Ein Blättchen. Ich vermute ja das hier. Da krieg ich ja Herzflattern, Junge. Oh, jetzt haben wir hier einen schönen Wolf. Kann man den irgendwo zwischenlagern, vielleicht? Mal hoch hier. Oh, mal hoch. Kann man den hier irgendwo lagern, dass wir den nicht vergessen, in der Hoffnung, dass er nicht e-spawnt? Das wäre ein Träumchen. Die Gesundheit ist ein bisschen runter. Äh, machen wir hier Equipment, Quiver, Add Arrows. Das ist ja blöd, dass er hier nicht automatisch einfach hier reinsteckt. Ich speichere ihn nochmal. Hab die Befürchtung, dass hier durchaus welche rumrennen. Siehst du da hinten, da ist da zweimal Tentakelhands, Alter. Junge, Junge. Ist nicht nice. Hier eine absolut leere Hütte, wie es aussieht. Okay. Weiß nicht, ob wir noch mehr rumlungern. Flashes. Woodscrab. Kommen wir hier überhaupt rein? Guck mal, hier geht's nicht mal rein in die Hütte. Das ist mau. Da liegen Metallscrabs. Das ist nice. Oh Gott, völlig zugemeldet hier. Ja. Flashing. Da hinten ein Haufen sind, ne? Wenn wir hier, dass wir hier mal so ein bisschen anweseln können. So ein bisschen fokussieren können. Na hier. Metallscrabs. T-Shirt. Zeig mal her. So, wir haben wir ja schon. Very bad. Very bad. Ah, scheißegal. Mauig. Hier geht's auch nicht rein. Das ist ja ein bisschen mau. Und hier, ins Toilettenhäuschen kommen wir auch nicht. Das ist mau, wie ich finde. Hier geht's hier vielleicht rein. Wo denn? Wo denn? Äh. Weiß nicht. High quality. T-Shirt. Ja, ich höre ihn jodeln, aber... Ich weiß nicht. Müh. Ich weiß nicht wie weit die so gucken können hier, die Zappel, die Freunde da hinten, die Tentakel, Münsterschienen, was haben wir hier, nur noch ein Regenkäfer, das ist mir eigentlich völlig wunderschön, hier gibt's nichts. Oh, hab ich gar nicht gesehen, hier geht's hier rein, die Tür ist ja schon halb auf hier, ok hier geht's rein, war ich auch mal vorher, schauen wir mal, ich bin bewaffnet vorne, oh da war Gear, das ist gut, das ist gut, aber ich glaube hier ist keiner, hier geht's nicht rein, bisschen Zeitdebadeer, Interact, was haben wir hier, Schottwitbar, Cola, was ist das hier, eine Spritze, oh, mach die, gar nichts, kann man uns einfach reinziehen, einfach so, why not, Cancel, ok, So hier, Batterien, perfekt, das ist ja gut, man, mit dem Mund da draußen, So hier, Salt, Batterien, Oh ja, ok, Ich weiß ja noch nicht, was ich damit machen soll, Hier geht's nicht rein, Oh, Oh, hier ist noch Salz, gib mir Salz, Komm hier, Eine Zigarette, Wir sind schon wieder voll, willst du mich verarschen, Boah, Ich weiß nicht, was mach ich denn damit, Drop, Ganz ehrlich, äh, fuck you, Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, Dann kommst du weg, Könnte ein Fehler sein, Vielleicht ist es wichtig, Keine Ahnung, Komm her, 9mm, Uuuh, Ja, lass es dir schmecken, Sü, Okay, Ja, man isst doch gut, Ah, da oben können wir, Können wir da oben hin, Oder ist das hier völlig geschrottet, Der hat rex vorholt, ne, Der macht mich wahnsinnig, Geht's hier eigentlich rein, ja, Ich seh zumindest nichts hier, Oder noch Components, Ne, nur ein bisschen, Uuuh, Alter, ich krieg hier Herzflattern, Junge, Los mit dir, Ei, 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 Komm her, zu, ey, Jetzt ist er wenigstens down, Das ist ja schon mal was, Komm her, Zigarette, Ist einfach Metallscrabs, Okay, Einfach mal Nichts, Nichts, Hier kann man nirgendwo reinschauen, Nirgendwo, Haben wir noch Components, Da sind noch Metallscrabs, Das ist gut, Aber dolle ist es hier nicht, Hier an der Seite, So, hier reinschauen, Ne, Da ist auch nichts, Wie's scheint, Da ist auch nichts, Hier mal kurz speichern, Sieht so nach Nebel aus, Oh, Der ist gerade, Ja, Das ist nicht so gut, Und hier gerade Nebel, Kann sein, Kann sein, Der scheint aber, Oder den scheint gar nicht die Sonne so zu stören, Hier, ne, Aber da drin, Ja, Da war ja auch nichts, Ne, Oh, Ich weiß jetzt nicht, Ob hier Nebel kommt, Der läuft da hinten lang, Aber wenn hier jetzt Nebel kommt, Dann, Aber es sieht so ein bisschen aus, Ne, Aber dann würde ich hier jetzt einfach mal, Reinspazieren, Ins Häuschen und den Nebel erwarten, Da läuft er doch, Wo gerade so in unsere Richtung, Bin mir nicht sicher, Lustig sieht er ja aus, Aber ich glaube, Hier kommt gerade kein Nebel, Wie rollen die, Blacksmithing. Wer ist da drin? Sieht nicht so aus. Müssen wir halt nur wirklich aufpassen, wenn wir wieder rausgehen, ne? Ah yeah, das ist nice. Der Volver hatte ich da was bei, ne? Ah, Nice Gears. Oh. Warum kann ich denn die nicht aufnehmen? Ah, okay. Was haben wir hier? Very bad. Na, das ist ja nie so gut, wenn das schlecht ist. Das kann rein. Was war das hier? Ah, Hunting Rifle. Jetzt eh keine. Ich finde jetzt hier nicht zufällig irgendwo einer hängt, zumindest. Bei so einer Westernstadt könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass die irgendwas hier rumzuliegen haben. Hier ist ein Code, okay. Habe ich selber. Habe ich hier eine olle Gitarre. Habe ich hier. Ne. Muss was anderes sein. Das ist gut. Das ist gut. Rifle habe ich immer noch nicht. Aiming Laser. Aha. Das ist durchaus interessant. Wir nehmen mal hier mal... Wir essen mal kurz was. Und dann nehmen wir das mal mit. Damit weiß ich jetzt noch nicht dran zu fangen. Weiß nicht, ob es zum Basteln notwendig ist. Okay. Rifle einmal habe ich doch. Da drüben war da noch welche. Die können wir ja dann doch noch mitnehmen. Ja. Rifle. Ach nee, ist was anderes. Laufgeschwindigkeit um 5%. Okay, ist dasselbe. Nur hier. Ich möchte die schwarzen. Schwarz gefällt mir nicht besser. Äh, okay. Also nach hinten können wir auf keinen Fall raus, Alter. Hier. Badezimmer. Oder einfach nichts. So. Wer war hier nicht, aber... Ich habe ja ganz guten Muni, würde ich sagen. Garbage ist bestimmt, um sich was selber zu craften später. Mal hier. Batterien. Ist sehr schön. Da haben wir jetzt ein paar gefunden. Vier. Okay. Bevor ich rausgehe, speichere ich nochmal. Falls die hier vorne irgendwo sind. Das wäre sonst richtig schlecht. Okay. Mal vielleicht gleich zum nächsten hier. Scheiße. Wer kommt da gerade? Mal hier rein. Okay. Speichere mal hier. Ich speichere einfach und habe noch gar nicht geschaut, ob hier irgendwas sein könnte. Das ist natürlich clever. Aber wir sind ja nicht ganz schutzlos. Evecan. Würde ich gerne, aber ich weiß noch nicht, wie ich das hier alles untertrinken soll. Ich kann ja mal die Cola trinken. Die ist nicht so wichtig. Trinken ist ja kein Problem. Riech. Wir nehmen lieber die mit. Sugar. Hatte ich da nicht schon mal einen? Steckt der? Bin mir nicht sicher. So. Can Fruit. Noch mehr essen. Äh. Can Fruit. Entschuldigung. Ich würde, wir haben Zucker zu Hause und ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll. Weil wir konnten bisher noch, Entschuldigung, nichts damit machen. Kommt, oben ist da noch Platz. Okay. Hier. Ein Räumchen voller Nichts. Das verstehe ich nicht. Dass man da nicht mal dekorativ was entstehen kann oder so. Matches haben wir genug. Da hat einer Schnupfen gehabt. Okay. Speicher mal. Ist vielleicht ein bisschen paranoid. Ich denke, wenn unten keiner ist, dann würde hier oben auch keiner sein. Aber. Er hat aber viele Räume hier. My word. Oh. Mit Code. Ich hab keinen. Mal hier. Hier haben wir noch einen. Neun Millimeter. Habe ich da zufällig. Lockpick. Das können wir ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Äh. Was lasse ich denn jetzt mal hier? So. Ja. Eigentlich würde ich alles haben. Müssen wir zufällig irgendwie unseren Dingsbums hier aufladen? Wo war denn der hier? Hier ist unseren Leiter. Guck mal hier. Können wir doch mal. Ja. Hier. Halt mal auf. Dann schmeiße ich den Rest weg. Wir haben ja auch noch was dort. Oh. Weg den Dreck. Na voll. Äh. Den wollte ich mal. Salt. Hm. Tactical blows. Spalbum. Spalver. Hier was. Da ist nichts drin. Hier noch was. Nein. Aspone. Aspone. Vielen Dank.